So, schönen guten Morgen zum Merkter Morgen. Darf gerne so weitergehen, oder? Gestern eine Riesen-Rallye, die wir vor allen Dingen im amerikanischen Tech-Sektor gesehen haben, aber auch die anderen Indizes sind ordentlich gestiegen und ob sich das Ganze heute fortsetzt, wie sich das im deutschen Markt ausspielt, darüber spreche ich heute Morgen mit Patrick DuBain. Dir erstmal einen schönen guten Morgen und willkommen zurück. Tja, wie sieht es denn aus? Genau, Martin, willkommen zurück. Ich freue mich auch mal wieder da zu sein. Es sieht ganz gut aus. Also die Monats-Performances, die vergessen wir mal ganz schnell. Vor allen Dingen in Amerika, du wirst es wahrscheinlich gleich noch ein bisschen beleuchten, aber S&P und Nasdaq so schlecht wie seit 2020 im März, nicht mehr Corona-Beginn, wir erinnern uns. Aber der DAX gestern, ja, nochmal so zum Schluss in der Auktion nochmal einen kleinen Sprung nach oben gemacht, als nämlich die amerikanischen Märkte gestern, du hast es angesprochen, diesen Rebound gesehen haben. Und die Verbraucherteuerung ist mit 4,9 Prozent immer noch auf hohem Niveau, aber nicht mehr ganz so hoch wie im November und Dezember. Also so ein bisschen das, was wir hier Basiseffekte nennen, sehen wir. Aber die Energiepreise sind nach wie vor sehr hoch. Der geopolitische Aspekt, die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, sie sind nach wie vor sehr hoch. Und gestern gab es einen Schlagabtausch in der UN zwischen der Botschafterin der Vereinigten Staaten und ihrem Kollegen aus Russland. Man wirft sich Sachen vor. Telefonate soll es heute auch nochmal geben zwischen Blinken und seinem russischen Außenministerkollegen Lavrov. Und da wird man dann gucken, wie weit man sich annähert. Markttellnehmer, so habe ich es jetzt gestern gehört, aus den USA sagen, sie rechnen nicht damit, dass es zu einer heißen Zuspitzung in diesem Konflikt kommen wird, vor den Olympischen Spielen. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, wenn ich ehrlicherweise bin, aber man kann das schon irgendwie nachvollziehen, wenn man sagt, dass die Chinesen ja auch, wenn die USA und Russland tatsächlich, beziehungsweise die NATO und Russland in einen engeren Konflikt geraten, China auch ein Wörtchen mitzureden haben wird. Und das wollen die halt jetzt während der Olympischen Spiele nicht. Deswegen wohl auch ein bisschen so der Rebound. Und wir sehen eine Menge Einkaufsmanager-Index-Daten in Japan. In Asien haben wir das heute schon gesehen, das ist der einzige Markt, der offen ist. Die anderen haben alle Neujahrsfest und legen sich sozusagen ein Festland. Manchina aufs Ohr und feiern fleißig mit der Familie. Das ist so das, was ich hier so für den Moment vermelden kann. Plus weiter leicht positive Aussichten beim DAX. Also, das heißt, wir haben übergeordnet natürlich noch das eine oder andere Problem zu beheben. Deine Meinung, sehen wir einen kurzfristigen Rebound, eine Reaktion auf die vorangegangenen Verluste, oder könnte sich hier unten tatsächlich eine Basis rausbilden? Ja, also in manchen Werten, Martin, sehen wir tatsächlich eine Basis. Aber es würde im Moment sagen, so die gefühlte Wahrnehmung von den Unkenrufen, die tatsächlich sagen, das ist nur eine zwischenzeitliche Erholung. Und denen, die sagen, nein, wir sind gar nicht in einem Bärenmarkt, sondern wir sind nur in einer kurzfristigen Abwärtstrend aufgrund der sehr geopolitischen Schwierigkeiten. Den sehe ich so bei 50-50. Ich selber habe viel Cash gerade im Moment und halte mal das Schäfchen im Trockenen und bin auch nicht böse, wenn ich mal nach oben nicht dabei bin, weil ich war nach unten auch nicht so viel dabei. Naja, dann hoffe ich natürlich für dich, dass es weiterhin so bleibt. Wir sehen uns morgen wieder. Dank dir schön für den ersten Überblick. Und wir schauen uns jetzt mal hier an, was da denn gestern noch passiert ist. Sie sehen es, der Dow über 400 Punkte ins Plus gelaufen. Die richtige Show ging aber erneut im Nasdaq ab. Der Zugewinn jenseits der 3%. Das heißt, wir haben schon das gesehen, was wir dann letztendlich am Freitag auch nochmal gesehen hatten. Das hat sich jetzt am Montag einfach nur nochmal wiederholt. Asien, tjo, spiegelt das ein bisschen wieder, nicht vollständig. Es gibt eine sehr interessante Entwicklung bei chinesischen Aktien. Sie wissen ja, monatelang eher die Stimmung, vorsichtig gesagt, am Boden. Ja, eigentlich war sie drunter. Aber da zeichnet sich jetzt eine Besserung ab. Jetzt schauen wir uns aber erstmal einige andere Sachen noch an, die wir mit dabei haben. Wir sehen noch heute nach Handelsende die Quartalzahl von AMD, PayPal, Alphabet. Sehr, sehr interessant, weil es auch ein bunter Mix ist, quer durch alle Branchen. Wir haben oben Chips, dann haben wir mit PayPal FinTech und wir haben Alphabet, was für mich relevant ist. Auf der einen Seite die sozialen Netzwerke, YouTube, ein Milliarden Dollar Geschäft. Ist ja mittlerweile eine richtige Geldmaschine geworden. Und auf der anderen Seite natürlich die Online-Werbung. Beides miteinander auch eng verbunden. Und wir werden jetzt einen Ausblick darauf bekommen, hoffentlich einen Ausblick darauf bekommen, wie man bei Alphabet den Werbemarkt im laufenden Jahr sieht. Zuletzt war das alles sehr, sehr robust. Immer schön zweistellig gewachsen. Und das ist natürlich, auf der einen Seite zeigt es, okay, der Markt scheint weiterhin intakt zu sein. Es gab ja nach Beginn der Pandemie diese Sorge, die ganzen Werbebudgets könnten wegbrechen. Nein, nichts ist passiert. Ganz im Gegenteil. Es wurde aus der realen Welt, aus dem realen Umfeld noch abgezogen und wurde tatsächlich nur noch weiter in den Cyberspace verlagert. Aber mir geht es natürlich auch immer darum zu sehen, gibt es vielleicht mal irgendwann einen Konkurrenten. Weil machen wir uns nichts vor. Online-Werbung ist Alphabet, Online-Werbung ist Facebook mit seinen Plattformen und zu einem niederen Prozentsatz dann noch Amazon. That's it. Für den Rest gibt es die Krümel. Also, bleibt spannend. Natürlich dann später noch Meta, also zur Wochenmitte Meta, Spotify, die gerade ihren eigenen Facebook-Moment, ich will nicht sagen feiern dürfen, aber sie haben ja einen sehr populären Podcaster, der sich jetzt so in die Nesseln gesetzt hat, dass er gestern öffentlich zu Kreuze gekrochen ist, in der Hoffnung, dass er irgendwie seinen Einnahmestrom retten kann. Und ja, mal gespannt, wie Spotify da reagiert, beziehungsweise sie haben ja darauf reagiert. Es gibt ja Richtlinien, nach denen hier Podcasts veröffentlicht werden dürfen. Wir werden es sehen. Und dann am Donnerstag mehr oder weniger das Abschlussfeuerwerk. Ja, so ist es ja immer, wenn man dann auf dem Rummel ist. Dann gibt es ja irgendwann am Ende nochmal Feuerwerk und das werden wir dann mit Amazon sehen. Der Dow Jones gestern, Sie sehen es, da ging es mal kräftig nach oben. Ein massiver Rebound angeführt von Boeing, die dann dafür gesorgt haben, also, dass alleine 63 Punkte da in den Daumen mit reinspielen. Für mich irrelevant, weil ich das Unternehmen praktisch, es kommt für mich nicht vor. Es ist natürlich der zweitgrößte Flugzeugbauer der Welt, aber was Anlage und Investment betrifft, ist das für mich einfach nicht existent. Sales Fonds, Walt Disney, ebenfalls stark dabei. Walt Disney, nachdem die ja wirklich monatelange richtig, richtig verloren haben. Apple, gut, die haben nicht verloren. Die setzen einfach nur jetzt wieder ihre Aufwärtsbewegung fort. Zumindest für den Teil scheint es zu gelten. Buy the dip und zwar egal, wie groß oder klein der ausfällt. Denn das, was Patrick gerade gesagt hatte, die Gefahr, dass wir jetzt gerade nur ein Pullback als Reaktion auf die vorangegangenen Verluste sehen, die ist tatsächlich real. Wenn Sie sich die Charts anschauen, dann haben Sie immer den Absturz und Sie haben jetzt die Gegenbewegung. Und in der Regel haben wir übergeordnet dann irgendwo massive Widerstände, die zuvor ja Unterstützung waren, durchbrochen wurden. Jetzt laufen die Kurse das als Widerstand an. Und dann erst wird sich zeigen, ob wir hier tatsächlich eine Basis für weitere Gewinne und vielleicht für ein schönes Frühjahr sehen. Oder ob es tatsächlich am Ende nochmal etwas deutlicher nach unten gehen könnte. Nester Kundert, klar, da ging es gestern richtig zur Sache. Und ich habe gesagt, China, da hält sich, ist es ein Silberstreif am Horizont? Ja, also es gibt auf jeden Fall Bestrebungen Pekings, da ein wenig die Wogen zu glätten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es gibt ja auch Olympia. Und genau das ist nämlich das Problem. Auf der einen Seite, chinesische Vertreter der Wettbewerbshüter bzw. der Internetregulierungsbehörde, die haben sich mit Großkonzernen getroffen, mit Vertretern von Großkonzernen getroffen und haben nochmal explizit die Leistung der Konzerne in den vergangenen Jahren hervorgehoben. Das klang sehr, sehr positiv. Wie viel es wert ist, werden wir sehen. Wie gesagt, Olympia steht vor der Tür. Man möchte ganz sicherlich keinen Stress da haben und man möchte keine irgendwie immer gearteten Störgeräusche haben. Auf der anderen Seite hat das Peking bisher jetzt auch nicht so unbedingt interessiert. Also es könnte in der Rückbetrachtung, wenn wir drei, sechs, neun Monate nach vorn gehen, könnte das vielleicht der Startschluss dafür sein, dass sich die Dinge beruhigen. Hoffen wir. So, gestern auf jeden Fall Pindu Du mit 13 Prozent. Dann haben wir Netflix, also es sind vor allen Dingen die dabei gewesen, die zuvor stark verloren haben. Machen wir uns nichts vor. Netflix mit dem Einbruch gewesen. Tesla mit dem Einbruch gewesen. Baidu als China-Wert, die waren ohnehin schwach. Also die ersten vier Plätze gehen mal direkt an die, die ich da auch genau vermuten würde. Es bleibt hochgradig spannend und wir sind natürlich für sie mit dabei. Biontech, die versuchen jetzt tatsächlich ihren Impfstoff, eine Notfallzulassung für den Impfstoff, gemeinsam mit Pfizer, dann für die Altersgruppe sechs Monate bis fünf Jahre durchzubekommen. Bei der amerikanischen Nationalmittelaufsicht, wenn das klappt, wäre das natürlich ebenfalls positiv zu sehen. Aber Sie sehen hier, das geht von 150 auf 172. Nicht zu sehen. Also wenn Sie sich den Chart anschauen, dann verstehen Sie, was ich meine. Es waren teilweise wirklich herbe Verluste und deshalb diese Gegenbewegung momentan als das zu sehen, was hier ist. Einfach nur eine Gegenbewegung. Und auch hier, das war eine doch recht kräftige, solide Unterstützung, die da durchbrochen wurde. Und deshalb jetzt erstmal der Anlauf läuft, verläuft etwa im Bereich 200 Dollar knapp darunter. Und erst dann wird sich letztendlich zeigen, haben wir hier die Basis oder ist das nur so ein kurzes Aufflackern. Unter Umständen ist es einfach nur eine gute Gelegenheit, jetzt dann nochmal Aktien abzustoßen. Und das gilt dann für alle jene, die jetzt vielleicht so ein bisschen überinvestiert waren und die jetzt gesehen haben, oh, das tut weh und sind nicht rausgekommen. Also hier könnte sich tatsächlich mal eine Möglichkeit bieten oder bietet sich die Möglichkeit, mal so ein bisschen aus diesen risikoreicheren Anlagen rauszukommen. Alibaba gehört natürlich auch dazu. Der Vorteil, den ich bei der Aktie sehe, ist, die ist so gefallen, dass man auf dem aktuellen Niveau, kann ich es auch als Alibi irgendwie, wenn man sagt, nee, ich will da jetzt nicht mehr raus. Es ist ja eine langfristige Geschichte. Man darf nicht vergessen, momentan die Bewertung insgesamt etwa 350 Milliarden Dollar für Chinas größte E-Commerce und Cloud-Anbieter halte ich jetzt für überschaubar, die Bewertung. Viele andere auch, aber es hatte ja bisher überhaupt nichts geändert. So, und jetzt warten wir mal unter den veränderten Gegebenheiten, ob sich da vielleicht tatsächlich eine Basis, also ein Boden herausbildet. Pindu-Du, wenn man es, nicht aggressiver, aber wenn man das dynamischer angehen will, sollte man sich Pindu-Du nehmen, weil einfach vergleichsweise, wenn China-Aktien steigen, Pindu-Du, Bilibili, eine Net-Ease stärker steigen als Alibaba beispielsweise. JD.com hat sich hervorragend gehalten in den vergangenen Monaten, was nur bedeutet, dass sie nicht so stark gefallen sind. Tencent sollte man natürlich auch nicht vergessen. Also wird ganz interessant jetzt in den kommenden Tagen und Wochen werden. Beim DAX verspricht ja ebenfalls Spannung und jetzt sind wir mehr oder weniger exakter so in der Mitte dieser Bewegungsrange, die wir ja seit April letzten Jahres haben, also zwischen 15.000 und 16.000. Da klammern wir uns jetzt irgendwo in Richtung oder krabbeln wir irgendwo in Richtung 200-Tage-Linie vorwärts. Von Obia, das Kursziel wurde gesenkt von Goldman Sachs. Das ist die schlechte Nachricht. 67,80, die gute Nachricht hier. Selbst mit dem gesenkten Kursziel haben wir noch jede Menge Platz, nämlich etwa 30 Prozent. Die zweite gute Nachricht, die Aktie verbleibt auf der Conviction By-List und das ist ja so der Ritterschlag. Also es gibt ja dann immer noch über der Kaufempfehlung kommt dann die Conviction By-List und sollte dann vielleicht so ein bisschen Auftrieb mal geben, dass die Analysten sehr, sehr zuversichtlich sind, was das Geschäftsmodell betrifft. Infineon, ja, Chip-Sektor momentan oben auf. Wenn der Markt läuft, dann läuft auch Infineon hier die 200-Tage-Linie jetzt unmittelbar vor. Sie wurde gestern gebrochen, wobei ich mag eigentlich ganz gerne so einen Anstieg, sagen wir mal drei Prozent, damit ich mir einigermaßen sicher sein kann, dass dieser Anstieg auch valide ist. Und wir sehen es hier, dieser schnelle Bruch, Pullback, das haben wir alles schon gehabt. Das haben Sie schon häufiger von mir gehört. Wenn die Marke übersprungen werden kann, dann hat sich die 200-Tage-Linie in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit als recht robust herausgestellt. Insgesamt natürlich vom Geschäftsverlauf durchaus einiges zu erwarten, wenn sie dann veröffentlicht werden. Bei HelloFresh sieht es ebenfalls ganz gut aus. Das sind von hier unten, vom Tief ausgerechnet schon 20 Prozent, die wir gemacht haben. Also auch hier sehen Sie, man sieht praktisch nichts, weil die Fallhöhe so enorm hoch gewesen ist. Dann interessiert mich natürlich, wie ist denn die Bewertung? Die ist bei HelloFresh, was das kommende Jahr betrifft, muss man sagen, wirklich moderat mit KGV 27. Das ist in Ordnung. Die Aktie momentan noch etwas höher bewertet, aber trotzdem deutlich unter dem historischen, wobei die Historie bei HelloFresh natürlich nicht so lang ist, aber unter dem historischen Mittel, etwa so um die 10, 15 Prozent, ist man hier unter dem Durchschnittswert. Also von daher sieht es doch eigentlich ganz nett aus. Wenn man sich das übrigens jetzt vorstellt, wie weit es gehen könnte, klar, wir müssen erstmal über die 60-Euro-Marke drüber springen, aber dann haben wir durchaus Platz bis in den Bereich um 72, also da könnten nochmal so um die, oder knapp 70, nochmal so um die 16 Prozent dann am Ende rausspringen. Wer das machen will, sagt mal 16 Prozent, aber dafür ist mir das Risiko zu hoch. Auf der einen Seite haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie hier unten relativ gut mit einem Stopp arbeiten können, weil das Tief einfach nicht so weit entfernt ist. Auf der anderen Seite, wenn Ihnen das zu wenig ist, naja, dann müssen Sie schauen, ob Sie irgendwo ein Derivat noch herbekommen, wobei die Aktie sich ja relativ dynamisch bewegt. Also sollte normalerweise für jeden was dabei sein, bleibt hier natürlich hochspannend. Delivery Hero gestern einer der, nein, der Top-Gewinner, klar, nach dem Absturz interessiert mich eigentlich immer noch nicht, weil ich nicht, ich bin kein Fan des Geschäftsmodells insgesamt, insgesamt der Branche, weil ich glaube, dass der Wettbewerbsdruck sehr, sehr hoch ist und dass man in einer Phase, wo die Anleger offensichtlich nervös sind, dann von Seiten des Top-Managements auch noch unglücklich agiert, indem irgendwelche Tweets abgesondert werden, die man dann erklären muss. Ja, da frage ich mich, haben die Leute eigentlich nichts anderes zu tun? Ja, haben die nicht irgendwie einen Job zu machen, der vielleicht mehr Aufmerksamkeit binden sollte? Also, das war alles sehr unschön, jetzt auch hier natürlich für Spieler, die werden sagen, ach komm, red, sie nehmen den Swing mit, das ist auch völlig okay. Man sollte da nicht jetzt nur keine Wunderdinge erwarten, denn nach wie vor bleibt ja übergeordnet, die verbrennen ordentlich Geld. Heidelberg Zement mit Zahlen und ja, da könnte jetzt tatsächlich dann ein Anstieg oder ein weiteres Absetzen von dieser 60er Marke stattfinden, sind ordentlich gewesen. Fehlt jetzt noch so ein bisschen die Idee, wie sich das Ganze dann entwickeln könnte, weil wir haben hier natürlich durchaus eine robuste Widerstandszone im Bereich etwa 65 Euro, also viel Platz ist da nicht und da braucht es dann schon den Gesamtmarkt mit dazu, dass wir da drüber hüpfen können. Die Deutsche Bank, ich habe gerade mit meinem Kollegen Fabian Strebin nochmal geredet, er sagt natürlich, wir bleiben weiterhin zuversichtlich. Ja, klar, da kam dann dieser Rücksetzer, aber den hat er einfach mal zur Seite gewischt und er sagt, Mensch, denk dran, die werden für Geschäftskunden die Kontoführungsgebühren bis zu 30 Prozent anheben. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und könnte dann natürlich auch entsprechend sich in den Bilanzen wiederfinden. Da wird man hier vielleicht mal drei, sechs Monate abwarten müssen, aber dann dürfte das sichtbar werden. Insgesamt momentan natürlich gute Zeiten für Bankaktien, ist ja nicht nur die Deutsche Bank, ist ja auch die Commerzbank mit dabei. Also, so macht das natürlich viel mehr Spaß, ja, wenn am Tag vorher die Kurse tiefgrün eingefärbt waren und es sich wieder ein weiterer Anstieg im DAX letztendlich abzeichnet. Aber ich glaube, das ist es noch nicht gewesen nach unten. Ich glaube, das wird nochmal ordentlich rumpeln. Wir werden es sehen. Jetzt freuen wir uns erstmal über das, was wir bekommen. Wir sehen uns um 14.40 Uhr hier wieder. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.